Hallo Leute! Ich dachte, es wird mal wieder Zeit für ein neues Video. Zeit für ein wenig Endzeit-Philosophie. Zeit, um ein bisschen Gehirn nach YouTube zu tragen. Vielleicht auch Zeit, um mal wieder ein wenig zu provozieren und meinen moralischen Zeigefinger dahin zu stecken, wo es weh tut. Ich weiß, ich bin lange weg gewesen, hab vieles verpasst, was man eigentlich hätte kommentieren müssen. Aber ganz ehrlich, die Welt wird immer verrückter, Leute. Alles ist voller Populisten. Die sitzen schon in vielen Regierungen und natürlich hier im Internet. Schüren Ängste, präsentieren einfache Feindbilder und einfache Lösungen für einfach gestrickte Menschen, die sich total freuen, dass endlich alles so einfach geworden ist und man kein eigenes Gehirn mehr braucht, um die Vorgänge in der Welt zu verstehen. Auch die Gegenseite, der Staat, das System, verbreitet munter weiter seine Propaganda. Erzählt den Menschen, wie toll unsere parlamentarische Demokratie ist, wie toll Europa ist und wie toll es ist, dass wir uns für unser Geld jedes Jahr ein bisschen weniger kaufen können. Wir sollen dankbar sein und weiter schlafen, weiter konsumieren, weiter mit unserer Lebenszeit das kaputte System am Leben halten. Ich finde ehrlich gesagt beide Seiten bescheuert. Es ist bescheuert, einfach so weitermachen zu wollen wie bisher, obwohl die Welt an allen Ecken und Enden in Flammen steht. Aber mindestens genauso bescheuert ist es zu glauben, man müsste nur ein bisschen das Rad der Zeit zurückdrehen, ein paar Ausländer rausschmeißen, härter durchgreifen und nach rechts rücken und dann wird alles wieder gut. Manchmal denke ich, die Leute haben alle noch überhaupt nichts kapiert. Da fehlen mir dann manchmal auch einfach die Worte und ich will einfach nur weg und nichts mehr mit dem ganzen Scheiß zu tun haben. Aber den anderen einfach die Welt überlassen, weil sie lauter schreien können und fanatischer sind als man selber, kann ja auch keine Lösung sein. Daher dachte ich, ich hole jetzt einfach mal wieder zu einem Rundumschlag aus. Gut möglich, dass das jetzt so eine kleine Wutrede wird oder mal schauen. Vielleicht kann ich mit meinem Video ja auch den einen oder anderen konstruktiven Ansatz aufzeigen. Fangen wir doch gleich mal am rechten Rand an. Bei den ganzen Wutbürgern, Stammtischkriegern und AfD-Sympathisanten, die sich für die Stimme des Volkes halten, weil sie nicht damit klarkommen, dass sie in Wahrheit halt nur einen kleinen Teil der Bevölkerung ausmachen und nicht mehr in so einer homogenen, friedlichen und sympathischen Volksgemeinschaft leben wie 1933. Ich weiß ja, die Rechten wollen immer gern stolze germanische Krieger und furchtlose Kämpfer sein. Aber wisst ihr was? Ich habe ehrlich gesagt noch keine andere gesellschaftliche Gruppe gesehen, die so dermaßen von Angst und Panik beherrscht wird wie die. Die haben Angst vorm schwarzen Mann, Angst vor ganzen Horden schwarzer Männer, Angst, dass die schwarzen Männer alle deutschen Frauen vergewaltigen, bevor man selber mal ran darf, Angst vor Messerstechern, Angst vor Terroranschlägen, Angst, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt, Angst vor Chemtrails, Angst vor Windrädern, Angst vor Schwulen, Angst vor dem Aussterben der ach so wertvollen arischen Rasse. Immer wenn ich so jemanden reden höre, höre ich in Wahrheit immer nur Angst, 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 Angst. Und immer sind die anderen schuld. Das arme deutsche Volk ist immer das Opfer. Aber jeder Nationalist weltweit glaubt doch, dass seine Nation immer besonders fies unterdrückt worden ist von irgendwelchen anderen Nationen. Und wenn es danach ginge, ist jedes Volk nur ein hilfloses Opfer seiner bösen Nachbarvölker. Und diese Vorstellung ist irgendwie, ähm, unlogisch? Jetzt kann man natürlich sagen, nein, die europäischen Patrioten beispielsweise sind sich ja alle einig und würden in Frieden zusammenleben, wenn es nur die fremde Bedrohung von außerhalb nicht geben würde, den bösen Islam oder die bösen amerikanischen Kapitalisten oder den bösen Sozialismus. Aber Frankreich hat früher auch schon gegen England Krieg geführt und gegen Deutschland. Und die Deutschen haben die Franzosen jahrelang als das ultimative Böse betrachtet. Dänemark hat gegen Schweden Krieg geführt und Deutschland gegen Dänemark. Jedes beschissene Land im angeblich so zivilisierten christlichen Abendland hat schon gegen so ziemlich jedes andere abendländische christliche Land Krieg geführt. Und das würden die auch wieder tun, wenn erstmal der Hauptfeind, die Juden und die Moslems wieder weg wären. Dann würden sie sich einen neuen Feind suchen, von dem sie sich bedroht fühlen können. Und dann eben wieder Krieg führen gegen ihre direkten Nachbarn, so wie in der guten alten Zeit. Und dann wollen mir die Rechten erzählen, früher war alles besser. Nein, war es nicht. War es niemals. Vielleicht früher in der Höhle, in der Steinzeit. Ja, aber nicht mehr, nachdem der erste Neandertaler sich eine Krone aufgesetzt hat und Führer sein wollte. Denn da ist die ganze Scheiße losgegangen. Aber gut, viele Rechte wollen ja auch gar nicht ins Mittelalter oder ins Kaiserreich zurück. Sie wollen einfach nur ihre gute alte BRD wiederhaben. Am besten die BRD von vor 1968. Also die BRD, wo Schwule noch ins Zuchthaus wandern konnten und Menschen mit Migrationshintergrund nur dann akzeptiert worden sind, wenn sie sich angepasst haben bis zur kompletten Selbstverleugnung. Als man die Vergangenheit noch nicht so thematisiert hat und keiner gefragt hat, ob der Papa vielleicht ein Nazi war. Als es noch keine langhaarigen Studenten gab. Das ist die Zeit, die sich wohl heute viele Rechte und Konservative zurückwünschen. Die glorreiche Zeit des Wirtschaftswunders in den 50ern und 60ern. Okay, wenn man es genauer betrachtet, muss man allerdings sagen, dass die BRD damals noch viel eindeutiger ein Vassallenstaat der USA war als heute. Und dass ohne die wohlwollende Schutzherrschaft der Amis überhaupt kein Wirtschaftswunder stattgefunden hätte. Im Vergleich zu damals sind die Deutschen heute unter Merkel ja richtiggehend emanzipiert. Aber das sind unwichtige geschichtliche Details. Warum sich mit sowas belasten? Also gut, sagen wir meinetwegen, die Rechten wollen gern die Nachkriegs-BRD zu Zeiten des Wirtschaftswunders zurück, aber bitte ohne Amis. Das wäre dann ein bisschen so wie das Deutschland um 1936, aber ohne den Adolf und ohne die SS, aber mit Autobahnen und Kraft-durch-Freude-Erlebniskreuzfahrten. Ihr seht ja sicher, worauf ich hinaus will. Die gute alte Zeit, die die Rechten immer gern zurückhaben wollen, hat so in Wirklichkeit nie existiert. Die gesunde Volksgemeinschaft ist eine Illusion. Und wenn es sie jemals gab, dann wurde sie teuer erkauft durch allgegenwärtige Propaganda-Berieselung, Konzentrationslager, Hexenjagden und Unterdrückung von Andersdenkenden. Aber halt, sagen die Rechten jetzt wahrscheinlich. Lenk nicht mit deiner Nazi-Keule vom wahren Problem ab. Das Problem sind doch die Messermänner. Von überall kommen sie her. Junge Männer mit langen Messern, die nichts anderes tun, als den ganzen Tag im Asylantenheim ihre Messer zu schleifen, Sprengstoffgürtel zu basteln und deutschen Frauen unter den Rock zu fassen. Dann zeigen mir die Rechten irgendwelche Statistiken. Da, schau her, so und so viele von denen, die da in unser Land gekommen sind, sind Messermänner. Weil das einfach zu deren Kultur gehört, anderen Leuten die Köpfe abzuschneiden. Die können gar nicht anders und wir lassen sie auch noch in unser Land. Darauf sag ich dann üblicherweise so zu den Rechten. Schön, dass ihr eure Vorurteile statistisch belegen könnt. Aber was sollen mir diese Statistiken jetzt sagen? Selbst wenn 10 oder 20 Prozent von denen, die in unser Land kommen, fiese Messerstecher und Vergewaltiger wären, wäre es trotzdem immer noch himmelschreiendes Unrecht, wenn wir deshalb die anderen 80 oder 90 Prozent, die niemandem was getan haben, wie potenzielle Verbrecher behandeln würden. Und sowas hat auch was mit Kultur zu tun. Wie ein Volk mit den Unschuldigen umgeht. Oder ob es einfach alle über einen Kamm schert, weil das so bequemer und einfacher ist. Darauf die Rechten dann meistens so, okay, gibt natürlich auch Ausnahmen. Aber auch wenn sie keine Messerstecher sind. Das Problem ist doch ihre Kultur, die sie uns aufzwingen wollen. Und dass die alle so viele Kinder kriegen und ihr Kindergeld kassieren. Dann frage ich sie, woher kennt ihr denn so viele kinderreiche Ausländerfamilien? Wohnen die alle bei euch im Plattenbau? Habt ihr mal mit denen geredet oder wart mal bei denen zum Essen eingeladen? Und haben die euch dann beim Döneressen ihre Tricks verraten, wie sie das Sozialamt abzocken? Nein, aber sowas weiß man einfach, sagen die dann. Das stand doch sogar in der Bild-Zeitung. Das weiß jeder, dass die sowas machen. Ja, aber Moment, Stopp, sag ich dann. Das ist doch die Lügenpresse. Sagen die Rechten nicht ständig, dass man Reporter nicht vertrauen darf und dass alles, was die berichten, sowieso nur der Manipulation dient und dazu das Volk gegeneinander aufzuhetzen? Aber anscheinend gilt das mit der Lügenpresse wohl nur, wenn in den Medien etwas berichtet wird, was den Rechten nicht in ihr Weltbild passt. Wenn es dazu dient, ihre Vorurteile zu bestätigen, dann schlucken die bereitwillig jeden noch so reißerisch aufgemachten Hetz- und Panikartikel. Auf RT Deutschland, in der Bild, notfalls auch bei RTL. Hauptsache, das eigene Weltbild wird bestätigt. Aber um nochmal zum Thema Migranten zurückzukommen. Die meisten Migranten, die ich bisher kennengelernt habe, wollen vor allem möglichst viel Geld verdienen. Mercedes kaufen, Familie gründen und dann ein schickes Einfamilienhaus in irgendeiner deutschen Spießergegend bauen. Die rennen nicht mit dem Messer durch die Gegend und versuchen, irgendwen zum Islam zu bekehren. Und ob ihr griechischer oder polnischer Nachbar in der spießigen deutschen Einfamilienhaus-Wohngegend dann Schweinefleisch isst oder nicht und ob die Weihnachten feiern oder Bar Mitzvah, ist denen völlig scheißegal. Weil die viel pragmatischer und materieller denken, als dass die Rechten glauben. Und dann gibt's natürlich auch die schlecht integrierten Assis, die am Bahnhof rumhängen und ständig Scheiße bauen. Natürlich gibt es die. Asoziale gab es immer, zu allen Zeiten, in allen Nationen. Die gab es schon in den 20er Jahren, während der Weltwirtschaftskrise. Und was meint ihr, wie schnell man damals ein Messer im Rücken hatte, wenn man nachts in der Großstadt die falsche Abzweigung genommen hat? Da gab es halt noch kein Internet. Und es hätte auch in Bayern keinen gekümmert, ob in Berlin in irgendeinem Park mal wieder jemand abgestochen wurde. Weil die Leute damals vielleicht auch noch ein eigenes Leben hatten und gar keine Zeit, sich mit so einem Quatsch zu befassen. Die mussten schauen, dass sie ihr Vieh auf die Weite bringen und ihre Kinder verprügeln. Das war anstrengend. Aber heute sind wir halt so weit, dass selbst die Bauern in Bayern im Internet sitzen und zu viel Zeit haben, weil die Kühe elektrisch gemolken werden. Und dann schauen sie, was im Internet steht. Und da lesen sie dann was von Messermännern. Und natürlich bestätigt sie das in ihrem Glauben, dass früher alles besser war, weil ja auch die Milchpreise immer schlechter werden. Und dann zählt man eins und eins zusammen, nimmt sich seine Mistgabel und geht zum nächsten Pegida-Mob, um seine ganze angestaute Wut gegen die da oben oder gegen die da unten rauszuschreien. Aber auf einem solchen Denken sollte man nicht ernsthaft eine Gesellschaft aufbauen. Sonst, naja, haben wir ja gesehen, was damals im Dritten Reich passiert ist. Und das Gleiche würde heute wieder passieren, weil die Menschen seither nichts Wesentliches dazugelernt haben. Da bin ich mir leider ziemlich sicher. Wisst ihr, was meine Meinung zu der ganzen Flüchtlingskrise ist? Für mich ist das keine Verschwörung, kein finsterer Plan, unsere Kultur zu zerstören. Es ist einfach nur ein weiteres Beispiel dafür, was dabei rauskommt, wenn die Gesellschaft von Schwachköpfen regiert wird, denen kompletter Weitblick und das Verständnis für die großen Zusammenhänge fehlt. Wahrscheinlich haben die verantwortlichen Politiker ungefähr so reagiert. Ups, da kommen so viele Flüchtlinge. Ach, das kam aber jetzt überraschend. Damit war ja nun überhaupt nicht zu rechnen. Ach so, da ist Krieg. Ja, das ist aber schade, dass da Krieg ist. Dabei haben wir doch extra so viele Waffen an alle Diktatoren dieser Welt geliefert, damit die in ihren Ländern Frieden schaffen können. Und trotzdem ist da jetzt Krieg und die ganzen Flüchtlinge sind auf dem Weg zu uns. Ach herrje, was machen wir denn jetzt? Ganz ehrlich, ich glaube, so oder so ähnlich haben die gedacht. Die haben im Grunde gar nichts kapiert, haben nicht kapiert oder wollen nicht kapieren, was im Namen des Kapitals für den schnellen Profit überall auf der Welt angerichtet wurde und dass das alles auch auf uns zurückfallen wird, früher oder später. Ich weiß nicht, wie ich damals reagiert hätte, aber vermutlich schon anders, als es Merkel und Co. damals gemacht haben. Und das hat nichts mit mangelnder Humanität zu tun. Aber ich finde, man sollte grundsätzlich nur so viele Menschen ins Land lassen, wie man auch würdevoll unterbringen, unterrichten und weiterbilden kann. Und wenn es schon so viele deutsche Unterschichtler gibt, die in hässlichen Plattenbauten wohnen müssen und die keine Perspektive haben, dann sollte man sich vielleicht erstmal darum kümmern, dass die alle gut leben können und dass kein Kind mehr in ungesunden, prekären Verhältnissen aufwachsen muss, bevor man noch mehr Leute aufnimmt, mit deren Integration man dann hinterher heillos überfordert ist. Selbst viele Deutsche sind doch stockdof und überhaupt nicht integriert und haben weder von deutscher Kultur eine Ahnung noch von irgendeiner anderen Kultur, weil sie einfach überhaupt keine Kultur haben. Die bräuchten eigentlich selber erstmal so einen Integrationskurs, Kultur für Anfänger oder sowas. Und damit bin ich bei meinem Rundumschlag dann auch bei der bürgerlichen Mitte angekommen, auch genannt die graue Masse. Einige von euch kennen sie vielleicht auch als Mama und Papa. Ebenso fantasielose Durchschnittsspießer, denen ihr Bausparvertrag wichtiger ist als irgendwelche Ideale, die ihren Kindern alle den gleichen langweiligen Vornamen geben und bei Wahlen alle vier Jahre wieder brav ihr Kreuz bei einer der gemäßigten Parteien aus der Mitte machen, weil das ihre Eltern und Großeltern auch schon so gemacht haben. Meistens zahlen die auch noch Kirchensteuer, obwohl sie nie wirklich die Bibel gelesen haben. Aber man möchte ja später auch mal heiraten und sein Kind taufen, weil das eben so ist und weil das ihre Eltern und Großeltern ja auch schon so gemacht haben. SAART, also Schule, Ausbildung, Arbeit, Rente, Tod, dieser in Stein gemeißelte, starr vorgegebene Lebensweg, der vielen kreativen, freigeistigen Menschen wie ein schlimmer Albtraum erscheint, ist für die Menschen aus der bürgerlichen Mitte eher eine Heilsvorstellung. Sowas wie die Leitplanken, die ihrem Leben Stabilität verleihen und an denen sie sich immer orientieren können. Sie haben keine Angst davor, sich 40 oder 50 Jahre für irgendeinen Betrieb zu prostituieren und später mit einem warmen Händedruck in den Ruhestand verabschiedet zu werden, weil das eben so ist und weil das ihre Eltern und Großeltern ja auch schon so gemacht haben. Kultur ist für diese Leute etwas Nebensächliches, etwas, das man immer noch tun kann, wenn man irgendwann in Rente ist. Kultur ist für sie vermutlich schon, abends auf der Couch zu sitzen und den Fernseher einzuschalten. Für andere Dinge, wie etwa zeitaufwendige Hobbys oder eine tiefergehendere Reflexion des eingeschlagenen Lebensweges, hat man üblicherweise auch gar keine Zeit mehr. Und die Kinder dieser Leute haben auch keine Zeit für Kultur mehr. Lesen nicht mehr irgendwelche spannenden Abenteuergeschichten, kein Momo, keine unendliche Geschichte, kein Pippi Langstrumpf. Die hängen nur noch rund um die Uhr vor ihren scheiß Smartphones und schauen sich auf YouTube irgendwelche Dummschwätzer an, die alle das gleiche, gehirnlose Computerspiel-Datteln. Oder irgendwelche Schminkfotzen, die Daddys Geld ausgeben und den Zuschauern zeigen, was sie sich damit wieder für teure Klamotten gekauft haben und wie man sich am besten mit viel Schminke das Gesicht zugleistert, damit man auch ja nicht mehr wie ein menschliches Wesen aussieht, sondern wie eine aufblasbare Sexpuppe. So sieht's doch aus, Leute. Die Mehrheit der Menschen in diesem Land hat keine Kultur mehr. Dieser ständige Druck, Geld zu verdienen und Karriere zu machen, gute Noten zu schreiben, nicht anzuecken, seinen Job nicht zu verlieren, mehr Likes zu kriegen als die anderen, besser auszusehen, einen gepflegteren Rasen zu haben als die Nachbarn, etc. Das hat die Menschen der Mittelschicht doch größtenteils längst so seelisch verkrüppelten, kulturlosen Feierabend-Zombies mutieren lassen. Man ist halt hier geboren und versucht irgendwie über die Runden zu kommen und genug Geld zu verdienen, um sich seine materiellen Wünsche erfüllen zu können und vielleicht noch was zum Ficken zu finden. Das ist doch die einzige Vision, die die noch haben. Das ist in etwa so visionär wie die SPD oder meinetwegen auch die CDU. Und genau deshalb hat ein solches Volk auch genau diese Regierung, die es momentan hat. Eine Regierung, die genau wie die Menschen, die in diesem Land leben, keine Visionen hat und einfach nur versucht, sich irgendwie durchzuwursteln und ja nichts Neues oder gar etwas Revolutionäres auszuprobieren, weil alles Neue ja Angst macht und eine gewisse geistige Anstrengung benötigt oder vielleicht gar Kreativität. Ja, Kreativität. Wo sind denn die ganzen freien Geister? Die angeblich so Deutschen, Dichter und Denker. Wo sind die, hä? Und kommt mir jetzt nicht mit, wir hatten ja Goethe oder Schiller oder Nietzsche oder sowas. Die sind mausetot und man kann auch nicht mit 300 Jahren alten Gedanken die Probleme des 21. Jahrhunderts lösen. Ich frage mich eher, wo sind die ganzen Goethes und Schillers von heute? Wo sind heute die künstlerischen Genies und Vordenker, die Antworten geben für alle wichtigen Fragen des Lebens und die ganze Generationen inspirieren? Ich sehe ehrlich gesagt nicht mehr allzu viele von der Sorte. Obwohl heute viel mehr Menschen leben als damals und es daher rein statistisch gesehen auch zehnmal so viele Genies geben müsste. Und da frage ich mich eben schon, was ist los mit dieser Welt? Warum sind hier alle geistig so vertrocknet und verdorrt? Natürlich gibt es noch kluge Köpfe und wahrhaft kreative Menschen. Ganz viele von denen versumpfen irgendwo im Internet oder leben als Eremiten versteckt in irgendeiner Höhle oder in einem dunklen Keller und machen dort ihre Kunst aus Freude an der Kunst, ohne jemals von der breiten Masse wahrgenommen zu werden. Während das, was heutzutage als Künstler im Licht der Öffentlichkeit steht, zu großen Teilen einfach nur Systemhuren sind, ohne Rückgrat und ohne eigene Visionen. Die sonnen sich in ihrem Ruhm, kassieren ihren Bambi oder ihren Oscar, ihren Echo oder wie diese dämlichen Preise alle heißen. Und wenn man mal schaut, was beispielsweise die Musiker, die so aktuell in den Charts sind, wirklich an kreativem Output geleistet haben. Echt, da finde ich im Netz ganz unbekannte Bands und Künstler, die tausendmal kreativer sind als diese ganzen schleimigen Gute-Laune-Bären. In jeder Irrenanstalt finde ich vermutlich bessere Künstler, die krassere Bilder malen oder interessantere Texte schreiben als das, was da heutzutage von den Mainstream-Medien an die Oberfläche gespült wird. Oder auch diese ganzen von der Presse gefeierten Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die im Prinzip gar keine Aussage mehr haben und dann halt eben Bücher darüber schreiben, wie sie sich selbst befriedigen oder über irgendwelche Dreiecksbeziehungen, weil denen sonst nichts mehr einfällt, weil das keine Künstler sind, sondern Kommerznutten, Animateure, Pausenclowns. Ihr sagt jetzt vielleicht, was regt der sich so auf? Ist doch nur Kunst, Bespaßung, Ablenkung, Freizeitgestaltung. Aber wisst ihr, was ich denke? Ich glaube, Kunst ist so viel mehr. Oder sagen wir besser, Kunst sollte eigentlich so viel mehr sein. Und kaum etwas sagt so viel über ein Volk aus wie die Künstler, die es anhimmelt. Und wenn ich sehe, welche Künstler bei uns angehimmelt werden, dann wird mir schlecht. Nicht, weil die Kunst entartet ist, so wie das irgendwelche Nazis früher gesagt haben. Nein, sie ist leider zu großen Teilen einfach nur tot, uninspiriert, fad, so langweilig und harmlos, dass ich wahrscheinlich nicht mal mehr der Herr Goebbels daran stören würde. Jede gesellschaftliche Gruppe hat halt heutzutage ihre Künstler, die sie in ihrem Weltbild bestätigen. Um mehr geht es doch gar nicht mehr. Es geht nicht mehr ums Hinterfragen, nur noch um Selbstbestätigung. Die Unterschicht hört Kollegah und irgendwelche anderen Rap-Idioten, die sie in ihrem Weltbild bestätigen, ein harter Macho zu sein oder eine fickgeile Bitch und immer schön ihre Statussymbole zur Schau zu stellen. Die Mittelschicht hat ihre glattgebügelten Mainstream-Künstler, die einfach nur unterhalten wollen und gute Laune und Optimismus verbreiten, ja nicht darüber nachdenken, dass du einen scheiß Job hast und mit einer dominanten Frau oder einem versoffenen Arschloch verheiratet bist. Nein, einfach nur sich berieseln lassen und ablenken, ohne Sinn und Verstand. Und die Oberschicht feiert sich am liebsten selbst, geht auf irgendwelche Vernissagen oder Ausstellungen, um aller Welt zu zeigen, wie kulturell gebildet und intellektuell man doch ist. Und man zeigt sich auf dem roten Teppich auch gern mit so fett gewordenen Gutmenschen-Künstlern, die ab und zu mal sagen, wie schlimm Ausländerhass ist, sonst aber auch keine sinnvollen oder gar revolutionären Gedanken mehr beizusteuern haben, weil sie längst selber ganz gut integriert sind in diese Arschloch-Gesellschaft. Das Problem ist einfach auch, dass viele, die mal links und revolutionär waren, mittlerweile das System zu lieben gelernt haben und vielleicht gar nicht mehr verstehen können, warum sie früher mal dagegen gewesen sind. Denn das System hat ihnen ja schließlich zu Erfolg und Wohlstand verholfen. Und damit wäre ich dann auch bei den Linken angelangt. Ja, ich gebe es zu, ich selber würde mich im Zweifelsfall auch eher links einordnen, als mich zu den Rechten oder den Konservativen zu gesellen. Und das hat gute Gründe. Zum einen, weil ich nicht in einem System leben möchte, in dem Menschen für ihre Arbeitskraft ausgebeutet werden und über die Hälfte ihrer Lebenszeit opfern müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Deshalb bin ich gegen Kapitalismus. Und zum anderen, will ich nicht in einem System leben, in dem mir irgendwelche Arschlöcher, die in der Hierarchie über mir stehen, vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe oder wie ich mich zu kleiden habe oder irgend sowas. Oder wie es Sammy Deluxe damals so schön ausgedrückt hat, ich will nicht in einem Land leben, in dem mehr Schranken stehen, als es Wege gibt. Deshalb bin ich gegen die Rechten und Konservativen. Es gibt viele gute Gründe, gegen Rechts zu sein. Aber der Hauptgrund ist für mich immer gewesen, dass mir Freiheit sehr wichtig ist. Mein Problem ist nur gerade irgendwie, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann, wann ich das letzte Mal einen Linken von Freiheit reden hörte. Muss irgendwann vor langer Zeit gewesen sein, als noch Tonsteine Scherben in den Charts waren. Freiheit scheint mir aktuell jedenfalls nicht gerade das Hauptanliegen, der meisten heutigen Linken zu sein. Toleranz, Vielfalt, ja okay, das ist ja auch wichtig und hängt mit der Freiheit zusammen. Aber es kommt mir bei den Linken immer häufiger so vor, als ob sie Toleranz und Vielfalt notfalls auf Kosten der Freiheit erzwingen wollen. Teilweise geht das schon so weit, dass die Linken einen starken Staat fordern, der seine Bürger überwacht und schikaniert. Natürlich im Namen von Umwelt oder Minderheitenschutz. Und dass man heutzutage in der Öffentlichkeit schnell geteert und gefedert wird, wenn man irgendwas von sich gibt, was nicht als politisch korrekt gilt. Okay, wenn jemand die Ausrottung der Juden fordert oder den Holocaust leugnet oder sowas, kann ich es ja irgendwie noch nachvollziehen. Aber wir sind ja mittlerweile schon so weit, ich darf nicht mal mehr sagen, dass die Menschen in Afrika weniger vögeln sollen und stattdessen lieber mal ein Buch lesen oder so. Aber stimmt doch, bin ich deshalb Rassist. Oder wenn ich sage, dass viele Frauen da draußen einfach nur oberflächliche Wurfkühe sind, die keine anderen Talente haben, außer mit dem Arsch zu wackeln, sich einen Mann zu angeln und Kinder in die Welt zu setzen, bin ich deshalb Chauvinist. Ich finde die meisten Männer genauso dämlich, aber ich will's sagen dürfen. Ich will sagen dürfen, dass ich den Islam für eine rückständige, primitive Religion halte, einfach weil ich es erschreckend finde, dass Millionen von Menschen so ein einfaches Weltbild von ihren ungebildeten Vorfahren übernehmen, anstatt kreativ zu werden und sich eine eigene Weltanschauung zusammenzubasteln. Deshalb bin ich nicht fremdenfeindlich, ich mag das Christentum genauso wenig, aber ich will's sagen dürfen. Jedenfalls hat sich in den letzten Jahrzehnten so ein ungesundes Klima der Political Correctness gebildet. Übrigens nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und daran haben die Linken schon eine gewisse Mitschuld, auch wenn ich glaube, dass der bürgerliche Mainstream die Forderung der Linken recht dankbar übernommen hat, weil die Bürgerlichen ohnehin alles, was irgendwie negativ oder hasserfüllt ist, aus ihrer Gesellschaft entfernen möchten. Einfach deshalb, weil das schlecht fürs Geschäft ist. Aber die Linken haben jedenfalls auch ihren Teil dazu beigetragen. Und wenn ich heute im Internet irgendwas lese, dass sich jemand für Meinungsfreiheit stark macht, dann ist das zu 90% einer von den Rechten. Denn die Linken wollen mir alle nur erzählen, dass wir in Deutschland längst Meinungsfreiheit haben und ich ja alles sagen darf, was ich will. Die verteidigen also gewissermaßen das System, während sich die Rechten dadurch als die wahren, unbequemen Querdenker und Freiheitskämpfer profilieren können. Und das Traurige ist, dass es oft funktioniert. Dass auch viele junge Leute, die gerade erst angefangen haben, politisch zu denken und noch nicht so viel Menschenkenntnis haben, das wirklich glauben und den Rechten auf den Leim gehen. Und die denken dann allen Ernstes, die Rechten wären für Meinungsfreiheit. Dabei meinen die Rechten, wenn sie von Meinungsfreiheit reden, ja auch immer nur ihre eigene Meinung. Andersdenkende würden sie, wenn sie die Möglichkeit hätten, genauso mundtot machen, wie die Linken es tun oder sie wahrscheinlich gleich an die Wand stellen oder ins Umerziehungslager stecken. Nur, bei der Durchschnittsbevölkerung kommt es halt leider nicht so rüber. Bei der Bevölkerung haben linke Menschen inzwischen den Ruf weg, gegen Meinungsfreiheit zu sein, überhaupt, alles verbieten zu wollen, was Spaß macht. Autos, sexistische Witze, Waffen, Feuerwerk, politisch inkorrekte Facebook-Kommentare, Schweinefleisch. Und dass sie sich mehr um die Belange irgendwelcher afrikanischer Bootsflüchtlinge sorgen, als um die Sorgen und Nöte der Menschen hier in Deutschland. Und da muss ich ganz klar sagen, egal ob das nun alles stimmen mag oder nicht, die Kommunikationsstrategie der modernen Linken ist so dermaßen stümperhaft, ihre Außenwirkung auf Unbeteiligte ist eine einzige gigantische Marketing-Katastrophe und hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass heutzutage viele Unzufrieden und Nichtwähler bei den Linken machen, sondern bei den Rechten. Selbst die RAF hatte damals noch mehr Sympathisanten unter der normalen Durchschnittsbevölkerung als diese weltfremden, studierten Gutmenschen-Idioten von heute. Sorry, ist so. Eigentlich sollten die Linken nicht dafür stehen, dass sie jedes Mal eine Demo veranstalten, wenn in China oder Kurdistan mal wieder ein Sarg Reis umgefallen ist, sondern dafür, dass sie die Menschen hier in Deutschland aus ihrem Hamsterrad der Verblödung und Ausbeutung befreien wollen. Aber die Linken haben es all den Jahren nicht mal geschafft, der deutschen Durchschnittsbevölkerung zu vermitteln, dass sie sich überhaupt in einem Hamsterrad befindet. Und dann kommt jetzt auch noch die Kreta daher mit ihren Fridays for Future. Und lass mich dazu erstmal eins sagen. Natürlich geht die Umwelt vor die Hunde. Dafür brauche ich kein Wissenschaftler sein. Und dafür muss ich auch nicht mal an die menschgemachte Klimaerwärmung glauben. Da muss ich einfach nur die Augen aufmachen und sehen, wie eine einstmals grüne Wiese, wo man früher schön mit dem Hund spazieren gehen konnte, plötzlich mit hässlichen Betonburgen zugebaut ist. Jeder, der offene Augen hat und ein Herz für die Natur, kann das sehen. Leckt mich am Arsch ihr konservativen oder neoliberalen Vollidioten, die ihr behauptet, es gibt kein Klimawandel oder ist ja alles nicht so schlimm, wir brauchen ja auch Fortschritt und unsere Wirtschaft. Jeder, der ein Herz hat, müsste eigentlich schreien vor Schmerz, wenn er sieht, was wir Menschen mit dieser Welt anstellen, nur aus Profitgier und weil man immer mehr und noch mehr verdienen will. Puh Teufel! Von wegen ständiges Wachstum. Das ist der größte Blödsinn von allem, zu glauben, dass wir ständiges Wachstum bräuchten. Das Kapital braucht vielleicht ständiges Wachstum, aber nicht wir Menschen. Eigentlich müssten wir alle Vorgänge in unserer Gesellschaft um mindestens 95% entschleunigen und das nicht nur wegen der Umwelt, sondern vor allem auch wegen uns selbst, wegen unserer geistigen Gesundheit. Habt ihr eine Ahnung, wie viele geisteskranken Menschen mir jeden Tag begegnen? Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Die wissen meist gar nicht, dass sie krank sind. Die denken, das ist normal, sich so zu verhalten, wie sie sind, weil fast alle so sind, dank dem ständigen Stress und Anpassungsdruck in diesem kaputten System. Es scheint mir nur so, dass viele, die da jetzt bei dieser Fridays-for-Future-Bewegung mitlaufen, ein bisschen naiv sind und nicht die großen Gesamtzusammenhänge verstehen können oder wollen. Wir können das Umweltproblem nicht losgelöst von der sozialen Problematik betrachten und die soziale Problematik können wir nicht losgelöst von der Problematik betrachten, dass ein Großteil der Regierung dieser Welt aus Vollidioten oder korrupten Arschlöchern besteht. Und die Problematik der unfähigen Regierungen können wir nicht losgelöst davon betrachten, dass die Bevölkerung, die diese Regierung wählt, nahezu beliebig manipulierbar ist und jeden Scheiß glaubt, wenn man es ihr nur lange genug vorsetzt. Alles hängt mit allem zusammen und es ist nicht damit getan, irgendwelche Umweltgesetze zu erlassen und zu glauben, dass sich dadurch irgendwas an der Grundproblematik ändern würde. Es ist ja ganz nett, wenn ein naives Kind ab und zu medienwirksam ein paar einfache Wahrheiten ausspricht, aber ich fürchte, Naivität und guter Wille allein wird uns nicht aus dem Schlamassel befreien. Was wir eigentlich bräuchten, wären Menschen, die die Gesamtzusammenhänge verstehen können. Und die sich von der engstirnigen Konditionierung, die man beim Heranwachsen auf diesem engstirnigen Planeten genießt, weitestgehend befreit haben. Es ist kein Geheimnis, dass ich die Anarchie für das ideale Gesellschaftsmodell halte. Und mit Anarchie meine ich jetzt nicht Chaos und brennende Mülltonnen, sondern ein Zustand, in dem Gesetze und Vorschriften obsolet geworden sind, weil jeder Bürger über die nötige Reife verfügt, um besser entscheiden zu können, was falsch und richtig ist, als jeder heute lebende Richter oder Polizist. Allerdings benötigt man, damit eine solche Gesellschaft überhaupt funktionieren kann, reife und aufgeklärte Menschen. Die Frage ist, wie bringen wir die Menschen dazu, dass sie reifer und aufgeklärter werden? Nun, ich würde sagen, genauso, wie man auch ein Kind dazu bringt, dass es dazulernt und irgendwann auf eigenen Beinen stehen kann. Dafür muss man dem Kind Freiräume lassen, um eigene Erfahrungen zu sammeln und verschiedene Dinge auszuprobieren. Man darf ihm nicht alles bis ins kleinste Detail vorschreiben. Und was am allerwichtigsten ist, man muss dem Kind Vorbild sein. Kinder brauchen Vorbilder, an denen sie sich orientieren können. Logisch, wenn der Papa ein versoffenes Arschloch ist, hat es das Kind später doppelt so schwer, sich zu einem anständigen, geistig klaren Menschen zu entwickeln. Und genauso verhält es sich meiner Meinung nach auch mit den Bürgern dieses Landes. Sie bräuchten erstmal mehr Freiräume und weniger Vorschriften, damit sie lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Vor allem aber bräuchten sie vernünftige Vorbilder oder sagen wir ruhig Anführer. Aber schaut euch die Anführer an, die wir haben. Vom Ausland will ich erst gar nicht reden. Schauen wir nur mal nach Deutschland. Schauen wir nur mal, was wir in den letzten Jahrzehnten hier in Deutschland hatten. Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Angela Merkel. Ich meine, ich will niemanden beleidigen. Aber das sind ganz sicher alles keine Menschheitsgenies gewesen. Keine hochbegabten, edlen Übermenschen. Das sind alles stinknormale Durchschnittsmenschen, die sie vielleicht höchstens durch eine überdurchschnittliche Machtgeilheit und Gerissenheit ausgezeichnet haben. Wie sollen die Menschen von solchen Vorbildern jemals lernen? Wenn wir schon Anführer brauchen und momentan sieht es leider so aus, als bräuchten wir sie noch. Warum dann nicht die klügsten und intelligentesten unserer Spezies nehmen? Nehmen wir mal Albert Einstein. Der hat ganz erheblich dazu beigetragen, unsere Gesellschaft wissenschaftlich voranzubringen. Er wurde für sein Wissen von Millionen bewundert. Aber seine moralischen und ethischen Bedenken haben niemanden interessiert. Warum hat man ihn nicht zum Präsident oder Kanzler gemacht? Mal abgesehen davon, dass er den Job vermutlich gar nicht hätte machen wollen. Oder nehmen wir Charlie Chaplin. Der hat damals die halbe Welt zum Lachen gebracht. Aber als er es dann gewagt hat, deutliche Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen zu äußern, wurde er ganz schnell mundtot gemacht und wie ein Krimineller behandelt. Die Menschen bewundern gern ihre Genies, aber sich was von denen sagen lassen wollen sie dann doch nicht. Aber ich denke, wenn wir schon Anführer brauchen, dann bräuchten wir genau solche Menschen an den Schaltzentralen der Macht. Menschen, die weiterdenken, die sensibler sind, die globaler und universeller denken können als der kleingeistige Durchschnittsmensch. Aber klar, wir leben ja in einer Demokratie und die Menschen wollen oft gar nicht, dass sie jemand führt, der zu klug für sie ist. Die wollen jemanden, von dem sie sich erhoffen, dass er möglichst gut ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen vertritt. Logisch, wenn du ein Kind fragst, welche fremde Person es gerne als Vater haben möchte, dann wird es vermutlich auch denjenigen wählen, der ihm am meisten Süßigkeiten verspricht. Auch wenn der sich dann hinterher als fieser Kinderficker entpuppt und sie in den dunklen Keller sperrt, dann ist plötzlich das Geschrei groß. Aber genauso läuft es ab. Immer und immer wieder. Also, was ich damit sagen will, Demokratie funktioniert nicht. Genauso wenig wie Anarchie, solange die Menschen so doof sind, wie sie es heute sind. Ich denke daher, es wäre vielleicht das Beste, wenn es so eine Art übergeordneten, hohen Rat geben würde. Eine Versammlung der unterschiedlichsten fortschrittlich denkenden, klugen, geister- und hochentwickelten, gütigen Seelen dieses Planeten. Und zwar aus den unterschiedlichsten Bereichen. Schriftsteller, Musiker, Wissenschaftler, Philosophen. Eben Menschen, die bewiesen haben, dass sie weiterdenken können als andere. Und die würden dann gemeinsam beraten und versuchen, Antworten auf schwierige, komplexe Gesellschaftsfragen zu finden. Und die Politiker, die wären dann nur noch das, was ihren geistigen Fähigkeiten entspricht. Einfach untergeordnete Bürokraten, die das Ganze dann nur noch umzusetzen und weiterzuleiten haben, ohne dass sie dabei allzu viel Schaden anrichten könnten. Einige von euch werden jetzt sicher sagen, die Lösung wäre direkte Demokratie und mehr Volksabstimmung. Das Volk lieber direkt entscheiden lassen, anstatt irgendwelche Eliten. Dann werden doch garantiert auch vernünftigere Entscheidungen getroffen. Aber mal ehrlich, wer gewinnt solche Volksabstimmungen üblicherweise? Letztlich doch fast immer die Seite, die die professionellere Kampagne hat und über mehr Geld verfügt. Sieht man ja auch in der Schweiz. Da werden die Leute zwar um ihre Meinung gefragt und entscheiden sich trotzdem dafür, dass sie weiterhin Rundfunkzwangsgebühren zahlen müssen oder dass die oberen 10.000 finanziell entlastet werden. Es ist leider wirklich so, dass man sagen muss, die breite Masse ist nahezu beliebig manipulierbar und findet alles gut, wenn man es ihr nur lang genug vorsetzt. Wenn es anders wäre, würde beispielsweise auch gar keine Werbung mehr funktionieren. Aber schaut euch um. Werbung ist heute noch viel allgegenwärtiger als vor 40 Jahren. Und warum? Weil es einfach funktioniert. Aller Medienerfahrung der Menschen zum Trotz. Und solange die Leute so dämlich sind, und ein bestimmtes Produkt nur deshalb kaufen, weil es ihnen häufiger präsentiert wird. Und solange Unternehmen Milliarden in Werbung stecken und es einen ganzen Berufsstand gibt, dessen einziger Daseinszweck darin besteht, die Meinung anderer Menschen zu manipulieren. Solange kannst du das Dummvork auch nicht für sich selbst entscheiden lassen, weil sie dann lässt sich sowieso nur das entscheiden, was ihnen irgendwelche Lobbyisten zuvor schmackhaft gemacht haben. Oder weil sie sich von ihren Ängsten steuern lassen, die von den Populisten zuvor ordentlich geschürt worden sind. Dann kannst du auch gleich alles so lassen, wie es heute ist. Wie gesagt, ich denke zumindest bei ihrem derzeitigen Entwicklungsstand brauchen die meisten Menschen noch dringend Vordenker und Leitfiguren. Oder sagen wir vielleicht besser Augenöffner, Inspirationsquellen, damit sie irgendwann lernen, ebenfalls über den Tellerrand hinaus zu blicken und selber ein Vordenker zu werden für nachfolgende Generationen. Auch das sollte eigentlich die Aufgabe von Kunst, Philosophie und Kultur sein, die Menschen dazu zu bringen, ihre eigene Kleingeistigkeit und die Kleingeistigkeit ihres Umfelds zu erkennen und ihre Manipulierbarkeit und in ihnen das Bedürfnis zu wecken, darüber hinaus wachsen zu wollen, größer zu werden, vielfältiger zu werden. Und das habe ich mir nicht einfach aus den Fingern gesaugt. Künstler haben in der Vergangenheit schon oft genug unter Beweis gestellt, dass sie ein Umdenken bei der breiten Masse bewirken können. Noch vor 100 Jahren beispielsweise galten Schwarze als Untermenschen, die gerade mal dazu gut waren, Schuhe zu putzen und ihrem Master den Tee zu bringen. Dann haben die Schwarzen den steifen Weißen das Tanzen beigebracht. Ohne die Schwarzen Künstler hätte es keinen Rock'n'Roll gegeben, der ein ganzes Jahrzehnt geprägt hat. Und nochmal 30 Jahre später zählten Schwarze Musiker zu den bestverdienendsten Künstlern überhaupt. Und Schwarze Schauspieler galten als Inbegriff von Coolness und wurden auch von vielen Weißen ganz selbstverständlich bewundert. Heute haben wir zweifellos immer noch viel Rassismus und Vorurteile, aber verglichen mit vor 100 Jahren hat sich doch einiges verändert in den Köpfen der Mehrheit. Man ruft zumindest, wenn man einen Schwarzen sieht, heutzutage nicht mehr sofort, äh, geht zurück in den Urwald, du Nigger, sondern man schaut erstmal genauer hin, ob es ein reicher oder ein armer Schwarzer ist. Die Menschen sind also in gewisser Weise schon toleranter geworden, äh, so ein bisschen. Und das eben, wie gesagt, vor allem durch die zahlreichen Künstler und Bürgerrechtler, die ihre Stimme erhoben haben, nicht so sehr durch die Politiker. Politiker können Gesetze erlassen, aber sie können die Herzen der Menschen nicht erreichen, weil sie meistens auch selber kein besonders großes Herz haben. Um ein wirkliches Umdenken zu bewirken, muss man die Herzen öffnen. Und das kann die Politik nicht. Wohl aber die Kunst. Die Politiker können noch so viele Antidiskriminierungsgesetze erlassen oder den Menschen ins Gewissen reden, dass sie nett zu Minderheiten und andersfarbigen sein sollen. Aber was bringt das denn? Das ist, wie wenn ich mich in der Grundschule vor eine Schulklasse hinstelle und sage, ey, ihr dürft euren dicken Mitschüler in Zukunft nicht mehr mobben, sonst gibt's Strafarbeit. Und was passiert? Der Dicke wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit erst rechtfertig gemacht werden, weil die Klasse denkt, der hat irgendwelche Sonderrechte und wird jetzt auch noch von der Obrigkeit geschützt, weil er denen in den Hintern gekrochen ist. Wisst ihr, wann das Mobbing aufhören wird? Wenn die Klasse irgendwann erkennt, dass der Dicke die coolsten Videospiele zu Hause hat, dann entdecken sie plötzlich auch seine inneren Werte und dass es nicht so sehr auf Äußerlichkeiten ankommt. Also so war das jedenfalls damals zu meiner Zeit. Diskriminierung verhindert man nicht durch Gesetze und Verbote, sondern dadurch, dass Menschen in Kontakt kommen mit dem, was ihnen fremd ist und dadurch erkennen, dass es vielleicht sogar gut ist, dass jeder verschieden ist, weil das unsere Welt bereichert und interessanter macht. Und so ist das nicht nur in Bezug auf Farbige gewesen, sondern beispielsweise auch mit der Akzeptanz von Homosexuellen. Nicht irgendwelche schönen Politikerreden oder Diskriminierungsverbote haben dazu geführt, dass Homosexuelle heutzutage etwas mehr akzeptiert werden als früher, sondern es waren in erster Linie mutige Künstler und Prominente, die sich geoutet haben, die vorangeprescht sind, um den Menschen ein Vorbild zu sein und ihnen was zum Denken zu geben. Und das Ganze könnte noch viel konsequenter betrieben werden, denn wir sind noch längst nicht da, wo wir für eine offene Gesellschaft eigentlich sein sollten. Noch immer haben sehr viele Menschen bestimmte Bilder im Kopf, wenn sie an Homosexuelle denken. Wie etwa, dass das keine richtigen Männer sind und sowieso immer nur auf der Suche sind nach dem nächsten Schwanz, den sie lutschen können. So sieht's doch aus. Diese dämlichen Klischees sind noch immer fest in den Köpfen verankert. Aller angeblichen Aufklärung zum Trotz. Nur weil vor 2000 Jahren mal irgendein Idiot in einem Buch geschrieben hat, dass das Sünde ist. Es gibt leider immer noch viel zu viele Menschen, die in Kategorien wie Normal und Nicht-Normal denken. Die Normalen sind die Guten und die Nicht-Normalen die Bösen, die gefälligst die Schnauze zu halten haben und dankbar sein sollen, dass man sie heute nicht mehr totschlägt, so wie in früheren Zeiten. Und dieses Denken muss man aus den Köpfen der Leute rauskriegen. Und zwar nicht nur, weil Diskriminierung für die Betroffenen eine unschöne Sache ist und weil ein paar Minderheiten darunter leiden. Nein, es geht bei der ganzen Problematik doch im Grunde um viel mehr als nur um Minderheitenschutz. Es geht darum, dass diejenigen, die sich gegen alles stellen, was angeblich nicht normal ist, also was nicht der Lebensweise der Mehrheit entspricht, dass diese Leute auch jederzeit wieder für irgendeinen Führer in den Krieg marschieren würden, wenn es die Mehrheit tut. Oder wieder Hexen verbrennen würden, wenn es die Mehrheit tut. Oder Juden vergasen. Oder sich vielleicht auch das Gehirn rausoperieren und euch ein Eyebrain von Apple ersetzen lassen, wenn es die Mehrheit tut. Und das ist doch das wahre Problem, weshalb man überhaupt über Diskriminierung reden muss. Weil die meisten Menschen dumme Lemminge sind und einfach dazugehören wollen. Und weil zu diesem dazugehören wollen eben auch dazugehört, dass man diejenigen ausgrenzt oder verspottet, die anders sind, um sich dadurch selbst zu erhöhen und besser fühlen zu können. Diskriminierung und Rassismus sind nur Symptome. Symptome einer kranken Gesellschaft. Aber die eigentliche Krankheit, die ist noch viel tiefer verwurzelt. Die eigentliche Krankheit ist die Herdentiermentalität der Menschen, ihre ständigen, nie wirklich aufgearbeiteten Verlustängste, der allgegenwärtige Kampf um den besten Platz am Futtertrog. All das, was das Aufwachsen in unserer angeblichen Hochkultur aus ihnen gemacht hat. Die Kultur, in der die Menschen aufgewachsen sind, hat sie zu immer hungrigen, nie zufriedenen Hyänen werden lassen. Also wenn wir wollen, dass sich jemals etwas wirklich ändert, dann brauchen wir eine andere Kultur. Wir brauchen vor allem viel mehr Kultur und Spiritualität. Echte Spiritualität. Echte Suche nach der Wahrheit, die in jedem von uns verborgen liegt. Keine Religions- und Sektenspinnereien. Nein, wir brauchen Menschen, die etwas verstanden haben. Vorbilder, die die anderen anleiten können auf ihrem Weg. Denn von allein wird die Masse ihren Weg wohl nicht finden. Ich plädiere hiermit dafür, dass Kunst und Philosophie nicht länger als Zerstreuungsangebot oder verzichtbares Luxusgut betrachtet werden, sondern dass man diese Dinge als etwas ganz Wesentliches, Sinnstiftendes und Revolutionäres begreift. Als etwas, ohne dass es nicht geht. Und jeder von uns kann in diesem Sinn ein Künstler sein oder ein Philosoph, der die Weisheit liebt. Jeder von uns kann, wenn er möchte, kreativ sein, inspirierend und provokativ. Wenn ihr es nicht so habt mit den bildenden Künsten, Musik oder Schriftstellerei, dann seid einfach Lebenskünstler. Schließt bessere Freundschaften als die Leute in eurer Schulklasse oder an eurem Arbeitsplatz. Und früher oder später wird diese Freundschaft auch andere inspirieren. Lasst euch weniger gefallen als andere. Seid kreativer darin, euren Lebensunterhalt zu verdienen, abseits der ausgetretenen Pfade. Seid kreativer beim Gestalten eures Umfelds, eurer Kleidung oder eurer Familie. Und früher oder später werdet ihr andere inspirieren und mit euch reisen, die von der eintönigen Langeweile ihres Lebens ebenfalls die Schnauze voll haben. Das ist das, was jeder Einzelne tun kann. Und ich möchte euch hiermit dazu ermuntern, dies zu tun. Machen wir uns nichts vor. Solange es nur ein paar Verrückte sind, wird sich global betrachtet nichts ändern. Und die Welt geht währenddessen wahrscheinlich sowieso vor die Hunde. Keiner von uns, keiner von euch wird diese Welt retten. Auch ich nicht. Egal wie viele Videos ich noch mache oder wie viele Bücher ich noch schreibe. Denn diese Welt wird von Milliarden Menschen bemalt. Und die meisten von denen sehen leider nur schwarz-weiß. Manche sogar auch nur braun. Die können gar nicht anders, als das zu malen, was sie sehen. Aber was wir tun können, ist unseren bescheidenen Teil beizutragen, dass die Welt ein bisschen mehr Farbe bekommt. Dass sie bunter wird. Dass auch andere Menschen die Welt in all ihrer Vielfalt und all ihren unterschiedlichen Facetten erkennen können. Und nicht nur aus dem beschränkten Blickwinkel, den sie von ihrer gesellschaftlichen Prägung oder ihren Eltern vermittelt bekommen haben. Auch wenn es vielleicht nur ein Tropfen in der Wüste der Ignoranz sein sollte. Es ist unser Tropfen. Unser Zeichen, dass wir hier waren und auch hier gelebt haben. Auf diesem dämlichen, überbevölkerten, blauen Strafplaneten. So, das soll es dann erstmal gewesen sein. Heute bin ich ja für meine Verhältnisse mal richtig konstruktiv gewesen. Wenn euch das gefallen hat, dann schließt mich in eure Gebete ein oder schaut einfach mal in unserem Forum vorbei und diskutiert ein bisschen mit. Wie erkläre ich das jetzt am besten für die YouTube-Generation? Also ein Forum ist so ein Ort im Internet, an dem man Buchstaben zusammensetzen kann zu sinnvollen Sätzen, um damit seine Gedanken auszudrücken. Also ein bisschen so wie die Kommentarfunktion hier auf YouTube, nur halt in intelligent und mit ein paar mehr Buchstaben. Naja, schaut halt mal rein, wenn ihr wollt. Das war's dann für heute von mir. Bleibt anders, bleibt kreativ und vielleicht hört man sich demnächst mal wieder. Mein Name ist Dean The Saint und ich wünsche uns allen noch einen unterhaltsamen Weltuntergang. Eine alte Seele, umgeben von Millionen Jungen, die sich alle gegenseitig immer mehr verdunnen. Sie begehen jeden Fehler voller Zuversicht. Ich sag ihnen, wo es hinführt, auf sie hören nicht. Sie wollen alle ausgedrehten Pfade selber geben und jede Sackasse mit ihren eigenen Augen sehen. Aus der Geschichte was zu lernen, das fällt ihnen schwer. Dafür ehren sie ihren Vorfahren auch viel zu sehr. Die gleiche Gier, die gleiche Angst, der gleiche Trug und Schein. Wum fallen sie auch auf die stets gleichen Parolen rein. Beim ersten Mal tut es noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Und spätestens nach ein paar Jahren spürt man gar nix mehr.